Ich bin Marcel Züst und arbeite bei der Firma Meier & Salomon AG als stellvertretender Geschäftsführer. Wir sind ein Team mit ca. 20 Leuten, ca. 6 Leute im Holzbaubereich. Flachdach und Stalldach haben wir ca. 14 Leute. Um den ganzen administrativen Teil abzuwickeln, brauchen wir SORBA, und zwar vom Off-Wertwesen bis zur Lohnbuchhaltung. Ich finde einen der besten Teil, den das SORBA-Programm bietet, ist die Portenfassung. Hier haben die Arbeiter die Möglichkeit, via das iPad die ganzen Stunden zu erfassen. In diesem iPad sind die Materialkatalöge, wie auch unsere Stunden, hinterlegt. Das vereinfacht sie uns im administrativen Teil, dass wir nicht alle Rapporte wieder neu erfassen müssen. Die Rapporte, die auf dem iPad erfasst wurden, werden bei uns auf den PC geschickt. Dann können wir es kontrollieren, allenfalls das Material noch einfügen, Stunden verändern und auch kontrollieren, dass das Ganze mit der Stundenerfassung für die Lohnbuchhaltung erstimmt. Somit gehen sehr, sehr wenige Stunden verloren und es wird wirklich konsequent gemacht. Von den 20 Leuten, die die Stunden auf dem iPad erfassen, haben sie eigentlich 19 oder 18 relativ schnell begriffen und sind sehr begeistert von dem Ganzen und von dem System. Eine bis zwei Leute haben einen etwas länger gebraucht, aber die sind heute dafür umso noch mehr begeistert und haben sich auch Überzeugen gelassen und finden das Ganze super. Wir von der Firma Meier & Salomon würden uns schwer tun, wenn wir die ganze Rapportenfassung wieder mit Papier machen und nicht mehr mit dem iPad. Wir könnten das wirklich sehr gut empfehlen, weil es einfach absolut ein gutes Programm ist. Warum kommt das denn Increste максимum? Von, dersterreichische Rapport habe ich jetzt zugeschzeigt!